Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge von mir und mit mir. Mein Name ist Dr. Med. Konstantin Wagner. Ich bin Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe. Und heute sprechen wir unter anderem über ein Thema, welches extrem wichtig ist, weil es auch oft vergessen wird. Und das wird so eine kleine Podcast-Reihe über dieses Thema, denn es ist mir mega Anliegen, dass das einfach in die Welt weitergetragen wird, dass die Leute und vor allem die Betroffenen sich einfach besser informiert fühlen. Es geht um die Endometriose. Endometriose hat vielleicht auch die eine oder andere Frau mal gehört, aber so richtig was darunter vorstellen können sich die wenigsten. Und deswegen gibt es jetzt eine ganze Reihe von meinem Podcast über dieses Thema. Heute beginnen wir ganz entspannt mit so ein paar Klassikern, mit so ein paar Basics. Das ist wie so eine Art Steckbrief über die Endometriose. Und in den folgenden Folgen gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Was gibt es auch für neue Studien? Was gibt es vielleicht für neue Forschungsergebnisse? Was gibt es da für Symptome, Therapien, Diagnostikmethoden? All das werden wir ausführlich besprechen. Heute wie gesagt, erstmal nur mal kurz abstecken, was ist eigentlich die Endometriose? Wichtig zu wissen, und das ist krass, jede zehnte Frau zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr ist von Endometriose betroffen. Punkt. Ich glaube, das ist schon eine krasse Zahl, wenn man sich mal überlegt, jede zehnte Frau kann man ja durchzählen im Freundeskreis. Das ist häufig. Jetzt kommt das Krasseste. Vom Auftreten der ersten Symptome bis zur Diagnosestellung vergehen im Schnitt sechs Jahre. Bei Patienten mit unerfülltem Kinderwunsch sind es etwa drei Jahre. Und bei Schmerzpatientinnen, Achtung, bis zu zehn Jahren. Heißt im Umkehrschluss, da haben Betroffene zehn Jahre Schmerzen, rennen wahrscheinlich von Arzt zu Arzt und wissen erst nach zehn Jahren, was sie eigentlich haben. Ist das krass. Und damit ist die Endometriose die häufigste gutartige gynäkologische Erkrankung. Schätzungen gehen davon aus, dass der Anteil bei Frauen mit Sterilitätsproblemen, also unerfülltem Kinderwunsch, bis zu 50 Prozent beträgt. Das ist die Hälfte. Das ist so krass viel. Also es ist einfach eine Erkrankung, die wahnsinnig häufig vorkommt und sehr, sehr einschränkend sein kann. Die Endometriose wurde erstmals im 17. Jahrhundert beschrieben, also extrem früh. Man wusste eigentlich schon relativ früh Bescheid, dass es da was gibt, was heftig sein kann. Und das zwar zum späten 17. Jahrhundert. Und seither wurde diese Erkrankung aber bis heute aufgrund des geringen wissenschaftlichen Interesses und auch des geringen klinischen Interesses häufig ignoriert und wird deswegen auch gerne als Forgotten Disease bezeichnet. Und man merkt hier relativ schnell etwas, was sehr häufig vorkommt, was mitunter schlimm ist und schwere Symptome machen kann und trotzdem nicht im Interesse von wissenschaftlichen Studien oder auch dem klinischen Interesse steht, da stimmt irgendwie die Verhältnismäßigkeit nicht. Es kann nicht sein, dass so eine Erkrankung, die so häufig vorkommt und die Betroffenen so stark einschränkt im Leben, spät bis gar nicht diagnostiziert wird und das Interesse einfach fehlt. Warum das so ist, besprechen wir in einer ganz gesonderten Folge. Jetzt mal zur Definition. Was ist denn eigentlich die Endometriose? Endometriose ist definiert als das Auftreten von, Achtung, endometrialen Zellverbänden, also der Schleimhaut der Gebärmutter, ähnliche Zellen, aber außerhalb der Gebärmutterhöhle. Ihr habt nun auch eine Gebärmutter-Schleimhaut. Das sind ja nichts anderes als Zellen. Und diese Zellen, diese Schleimhaut, kommt eben jetzt auch woanders vor. Und diese Zellen können sich auch prinzipiell im gesamten Organismus der Frau breit machen. Die können sich dort einnisten. Und sie reagieren natürlich auch aufgrund ihrer Ähnlichkeit zu diesen Zellen in der Gebärmutterhöhle, also zu den Zellen der Schleimhaut, auch hormonell mit. Das heißt, wenn ihr in Zyklusmitte einen Hormonschub habt, dann reagieren diese Zellen genauso mit, wie wenn ihr zum Beispiel eure Periode habt und die Hormone abfallen, dann reagieren diese Zellen eben auch mit und diese Zellverbände. Und sie können sogar auch abbluten. Welche Symptome gibt es jetzt? Hier wird es auch noch einen ganz ausführlichen Artikel zu geben, weil die Symptome sehr, sehr oft sehr umfangreich und auch sehr unspezifisch sein können. Das ist schwierig zu diagnostizieren. Das Leitsymptom, wenn man jetzt das Buch aufschlägt und guckt unter Endometriose, Symptome, Leitsymptom ist der abdominelle Schmerz, sprich auch Unterleibsschmerzen. Die können zyklusabhängig sein, das wäre so der Klassiker. Sie können aber auch zyklusunabhängig sein und, was man auch oft sieht, eine sogenannte Dysmenorrhoe, das heißt eine sehr schmerzhafte Regelblutung. Dysmenorrhoe ist tatsächlich auch ein eigenes Krankheitsbild. Es gibt also die wirklich krankhaft schmerzhaftere Periode und dieses Symptom ist eben auch bei der Endometriose sehr oft vergesellschaftet. Es gibt aber eben auch super viele andere Symptome, auch ganz unspezifische Symptome, wo man ganz spät erst drauf kommen könnte. Das könnte ja auch Endometriose sein. Das besprechen wir, wie gesagt, dann in einem ganz, ganz eigenen Beitrag. Aber ich sage immer, das ist ein bisschen, als würde man ein Zebra beschreiben wollen und sagt, ja, das hat Beine und das hat Ohren. Kein Mensch denkt jetzt an ein Zebra. Also es fehlen einfach noch viel mehr Informationen, noch viel genauere Informationen. Und dann sage ich immer, okay, dann sagen wir mal, es hat Hufen, es hat eine Mähne und es hat vier Beine. So, jetzt wird es ein bisschen klarer. Jetzt denken aber auch die meisten nicht sofort an das Zebra. Jetzt entsteht zwar das Bild, aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, denn jetzt denken die meisten von uns natürlich an das Pferd. Und das kann man den Leuten, die jetzt an das Pferd denken, natürlich auch gar nicht zum Vorwurf machen. Was fehlt, sind nämlich noch weitere Informationen. Der Informationsfluss, der darf jetzt eben nicht aufhören. So geht es nämlich auch vielen Betroffenen und auch zum Teil den Ärztinnen und Ärzten da draußen, wenn sie hören, ja, ich habe Schmerzen während des Eisprungs oder auch während der Periode. Da denkt jeder erstmal an das Pferd. Aber hier darf der Informationsfluss eben nicht aufhören. Man muss weiter offen sein für die Fragen und man muss auch weiter offen sein, die Informationen weiterzugeben. Denn sonst sind wir bei dem Pferd in unserer Geschichte, nämlich, ja, so normale Menstruationsbeschwerden, die man halt so haben kann. Wir Ärzte sollten also auch jetzt weiter nachfragen und offen bleiben für Informationen, auch wenn wir schon die Lösung quasi im Kopf haben. Und die Patienten sollten sich weiter trauen, weitere Informationen zu geben. Diese Beiträge jetzt werden dir auch helfen, vielleicht auch an die Endometriose erst zu denken, weil du dachtest, ja, das hat ja eigentlich gar nichts damit zu tun, mit dieser Endometriose. Aber vielleicht kommst du nach den Beiträgen drauf, dass es ja vielleicht doch so sein könnte. Wir müssen also noch ein paar Minuten länger investieren, ein paar Fragen mehr stellen, um das Pferd zu vergessen und dann auf das Zebra zu kommen. Und das Gemeine an der Geschichte ist ja auch, woher soll man als Betroffene wissen, was normal ist? Also, ich habe jetzt meine Menstruationsbeschwerden, ich kann das zwar mit meinen Freundinnen so ein bisschen vergleichen, aber jedes Schmerzempfinden ist ja auch anders. Vielleicht bin ich ja unnormal und habe einfach mehr Schmerzen als meine Freundin. Woher soll man also wissen, woher die Schmerzen kommen und ob sie normal sind? Klar, wenn du jetzt zum Beispiel die Pille genommen hast, bist du mit dem 14. Lebensjahr zum Gynäkologen gegangen, hast die Pille verschrieben bekommen. Früher so ein Klassiker leider. Dann weißt du ja auch gar nicht, wie dein Zyklus sich vielleicht anfühlt, weil das ist ja so früh gewesen, dass du noch gar nicht den regelmäßigen normalen Zyklus vielleicht haben konntest, also auch nicht die normalen Schmerzen haben konntest. Dann setzt du irgendwann ab, weil Kinderwunsch besteht und dann geht diese Endometriose erst los und du merkst erst jetzt, ist das jetzt mein normaler Zyklus oder eben nicht? Weiß man nicht. Viele, die vorher schon einen normalen Zyklus hatten und dann merken, jetzt verändert sich was, der wird jetzt schmerzhafter, der wird anders, da hat man schon gewonnen, weil man weiß, das ist nicht so, wie es früher mal war. Jetzt noch kurz zur Ursache der Endometriose. Das können wir relativ schnell abhaken, denn die Ursache der Endometriose ist nicht bekannt. Punkt aus. Wir wissen es einfach nicht, wo die Endometriose herkommt. Es gibt ganz viele Thesen und Theorien, die ich auch zum späteren Zeitpunkt nochmal genau erläutere, was dahinter steckt. Nur, dass ihr es mal gehört habt. Es gibt eine sogenannte Transplantationstheorie, die Samson-Hypothese. Es gibt eine Tissue Injury and Repair Theorie. Es gibt eine Metaplasie-Theorie. Es gibt eine Metastasen-ähnliche Streuungstheorie. Und es gibt die Theorie der genetischen Ursache. Also, dass man es von Generation zu Generation auch weitergibt. Vom Verdacht über eine Diagnose zur Therapie. Und das ist das Kernthema schlechthin. Wenn man als Betroffene oder als zuständige Ärztin, zuständiger Arzt schon den Verdacht hegt, es könnte Endometriose sein, dann hat man eigentlich im Grunde gewonnen. Denn das Thema Endometriose ist jetzt auf dem Tisch. Und es wird drüber nachgedacht. Diese Verdachtsdiagnose ist einfach so wichtig zu stellen, dass man einfach schon mal im Hinterkopf hat, es könnte Endometriose sein. Aber an diesen Punkt zu kommen, ist entweder ganz, ganz schwammig, vage, oder es ist einfach lange ein Verdacht, oder aber es ist ganz aufwendig und im wahrsten Sinne sehr einschneidend für die Betroffenen. Denn die Diagnostik, und dazu kommen wir natürlich auch später noch, ist oft mit einer OP vergesellschaftet. Und die Therapie, und jetzt wird es frustraten, ist reine Schadensbegrenzung. Denn wir haben ja bereits gelernt, die Ursache ist nicht bekannt. Also ich kann etwas nicht ursächlich behandeln, wenn ich die Ursache auch nicht kenne. Das heißt, auch mit der heutigen Medizin laufen wir der Endometriose eigentlich nur hinterher und können wirklich nicht die Ursache beheben, sondern nur die Symptome versuchen zu lindern. Der weite Weg jetzt vom Verdacht zur richtigen Diagnose, zur Therapie, der ist sehr lang, schwer und den werde ich euch in einem weiteren Blogbeitrag oder auch Podcastbeitrag nochmal näher bringen. Das war im Prinzip das Thema Endometriose als kurzer Steckbrief. Ganz grob mal angerissen. In den weiteren Folgen wird es ein bisschen detaillierter. Aber ihr merkt schon, wie schwierig das ganze Thema auch ist. Nicht nur für die Betroffenen, gerade die, weil die haben ja die Symptome, die haben die Beschwerden und fühlen sich oft unverstanden. Aber auch natürlich für uns Gynäkologinnen und Gynäkologen, weil das sehr oft eine schwammige Diagnose ist. Nicht jeder, Menstruationsschmerz ist gleich eine Endometriose, aber auch nicht jede Endometriose hat auch Menstruationsschmerz. Es ist also wirklich eine Detektivarbeit und da muss man ein bisschen feinfühlig für sein. Ich hoffe, dieser Beitrag hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall bei YouTube mal vorbei oder hier in dem Podcast weiterhören oder auch auf meiner Website, da gibt es eigene Blogbeiträge. Auch zu diesem Thema, aber auch viele andere Themen. Ihr findet mich auf www.richtigschwanger.de oder bei Instagram, Facebook unter dem Synonym richtig schwanger. Wir sehen uns, hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020